Für Ibrosia produzieren die Brüder Lergenmüller exklusiv diesen roten Kristall, einen spannenden Spätburgunder aus besten Pfälzerlagen. Ein facettenreicher, bäriger Geschmack, ein seitiges Mundgefühl und weiche Tannine sorgen für viel Trinkfreude. Das Weingut Lergenmüller ist mit seinen Weinen auf dem Weg nach ganz oben. Und das ist eine herausragende Qualität für den anspruchsvollen Genießer. Untertitelung des ZDF, 2020